Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir warten noch ganz kurz und genau, gleich geht es auch schon los. Ihr seht auf jeden Fall mich. Ich kann mich gleich schon mal vorstellen, aber auch Susan von Tailwind ist heute mit im Call und versteht leider kein Deutsch, aber hat sich netterweise bereit erklärt, heute mit dabei zu sein. Und genau, an sich gehen die meisten Fragen heute um Pinterest, aber falls sozusagen Tailwind-Fragen aufkommen sollten, dann ist sie auch da. Hi Anna, nice to be here. Okay, gut, ich mache mal weiter auf Deutsch. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr alle da seid zu unserer Office-Hour zusammen mit Tailwind. Kurz gucken, wie hier das Slide weitergeht. Genau, sehr gut. Ich bin Anna Neumann, ich bin Strategic Partner Lead für Agenturen und Plattformen und wie gesagt, freue mich heute, euch an dem sehr schönen, warmen Dienstag begrüßen zu dürfen. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde zusammen und wollen das Ganze ganz locker gestalten. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, in den Chat zu schreiben, stellt euch gerne kurz vor, verlinkt euer Pinterest-Profil. Das ist immer ganz nett, damit ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Und wie gesagt, wir haben jetzt eine Stunde zusammen. Ich werde die Office-Hour damit beginnen, dass ich euch einmal noch mal kurz Pinterest vorstelle für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht so gut kennen und euch einmal ganz grob durch unsere Best Practices führe. Und dann haben wir auf jeden Fall mehr als genug Zeit für eure Fragen. Viele von euch haben ja Fragen eingereicht, aber ihr könnt die Fragen natürlich auch live stellen. Wie gesagt, ich hoffe, das ist technisch möglich. Wenn nicht, lese ich einfach die Fragen aus dem Formular vor. Genau, hallo Carsten von Haushaltsfee. Deine Frage haben wir auf jeden Fall bekommen und kommen darauf zu sprechen. Und wie gesagt, stellt euch gerne vor, wenn ihr jetzt auch erst reinkommt. Genau, warum solltet ihr überhaupt auf Pinterest sein? Wir wissen, es gibt sehr viele Plattformen, die möchten, dass ihr auf ihnen Content veröffentlicht. Wir wissen, der Tag hat nur 24 Stunden. Ihr habt viel zu tun, aber es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, warum ihr auf Pinterest sein solltet. Unter anderem ist ein Grund, dass Pinterest eine visuelle Plattform ist. Und es ist wirklich sozusagen an der Schnittstelle angesiedelt zwischen Search, also einer Suchmaschine, zwischen Social Media und Commerce. Also alles, was mit dem Thema Shoppen zu tun hat. Und es ist letztendlich eine Plattform für all diejenigen, die Neues entdecken möchten und die sich inspirieren lassen möchten. Jeden Monat kommen fast 500 Millionen Menschen zu Pinterest. Und das ist nicht nur eine große Zahl, sondern diese engagierte und loyale Zielgruppe kommt mit dem richtigen Mindset zu Pinterest. Sie möchte neue Dinge ausprobieren. Und ausprobieren kann letztendlich bedeuten, dass sie was kaufen möchten. Es kann aber auch bedeuten, dass sie sich einfach inspirieren lassen möchten, dass sie neue Ideen finden möchten, die sich merken möchten und dann auch wirklich in die Tat umsetzen. Ich habe ja am Anfang schon verschiedenste andere Plattformen angesprochen. Hier sind nochmal ganz praktisch aufgelistet vier Gründe, warum Pinterest anders ist. Im besten Fall wisst ihr das schon. Im schlimmsten Fall, genau, ist das jetzt nochmal eine kleine Wiederholung. Zum einen hat Content auf Pinterest eine sehr lange Halbwertszeit, sodass euer Content, gerade wenn das so Evergreen-Themen sind, also Themen, die letztendlich immer stark nachgefragt sind. Wenn ihr die veröffentlicht, können die sozusagen wirklich Jahre, also Monate und Jahre nach Veröffentlichung euch noch helfen, Traffic aufzubauen und sind dann sozusagen, wie gesagt, Evergreen-Content, der dann im Hintergrund für euch arbeitet. Nichtsdestotrotz finden natürlich auch Trends ihren Platz. Darauf kommen wir aber später noch zu sprechen. Dann, wie gesagt, ist Pinterest eine visuelle Suchmaschine. Das heißt, wir nutzen den Kontext von Keywords, um die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit der richtigen Zielgruppe anzuzeigen. Und deswegen ist unter anderem auch die Suche so wichtig, weil die Leute hauptsächlich die Suche nutzen, um neue Dinge zu entdecken. Und dann gibt es verschiedene Orte in der App, unter anderem den Homefeed, aber auch die Verwandten-Pins, wo sie dann von einem Thema zum nächsten kommen. Dann hatte ich ja schon gesagt, dass unsere Nutzerinnen mit dem richtigen Mindset zu Pinterest kommen. Und richtiges Mindset bedeutet letztendlich, dass sie sich nicht zum Beispiel unterhalten lassen möchten, sondern sie sind auf der Suche nach Inspiration, oft für sehr spezifische Projekte und verfolgen wirklich einen konkreten Zweck und sind auf der Suche nach Inspiration zu diesem Zweck. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, sie da entsprechend abzuholen, wo sie sich gerade aufhalten. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr im Detail. Letztendlich geht es darum, dass die Leute, wie gesagt, sehr offen sind für neue Ideen und damit auch neuen Content. Und dann ist es so, dass es bei Pinterest nicht darum geht, dass man viele Follower aufbaut oder Gefällt mir's sammelt, sondern es geht wirklich darum, dass ihr Content erstellt, der sich von möglichst vielen Menschen gemerkt wird. Das ist halt ein sehr starkes Signal, sodass die Leute sagen, okay, das ist mir so wichtig, ich finde es so interessant oder möchte das wirklich dann im Nachhinein mir nochmal angucken oder auch kaufen, sodass ich mir das merke, im besten Fall auf einer Pinnwand, um dann später drauf zurückzukommen. Also, das heißt, auf Pinterest erreicht ihr auf jeden Fall die richtige Audience zur richtigen Zeit. Wir haben gerade in den letzten Monaten starken Wachstum an einer sehr jungen Audience festgestellt. Auch das super spannend, falls ihr im Bereich Gen Z unterwegs seid, das sozusagen nur als kleiner Einschub. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es bei Pinterest darum geht, dass die Leute sich inspirieren lassen, dass sie Ideen entdecken und sich diese Ideen dann auf verschiedenen Pinnwänden merken und die dann auch umsetzen. Das heißt, beziehungsweise das bedeutet, dass 97 Prozent der beliebtesten Suchanfragen auf Pinterest keine Markennamen enthalten und bedeutet letztendlich, dass ihr auch als vielleicht kleine oder unbekannte Marke gefunden werden könnt. Dann nutzen sehr viele Menschen sozusagen Pinterest als Ort der Entscheidung. Sie nutzen verschiedene Pinnwände, um sich zu organisieren. Sie merken sich die Ideen und nutzen, wie ich vorher schon erwähnt hatte, entsprechend die Suche, um auf diese Ideen zu kommen und die dann auf verschiedenen Pinnwänden zu organisieren. Und wie auch schon erwähnt, geht es dann stark um die Umsetzung und gerade das Thema Shopping und damit auch Clickthroughs, also dass sich Leute zu eurer Website, zu eurem Blog durchklicken, spielt eine sehr, sehr große Rolle und ist auf jeden Fall etwas, was letztes Jahr sehr, sehr stark gestiegen ist und auch, was entsprechend auch für uns ein großer Fokus ist. Wie gesagt, alles, was mit dem Thema nicht nur Entdecken von neuen Ideen, sondern wirklich auch Kaufen von neuen Ideen einhergeht. Und wir haben verschiedene Sachen dafür getan, für all diejenigen, die schon eine Weile auf Pinterest aktiv sind. Es ist jetzt noch einfacher, ja, Pins zu erstellen, auch Pins, die Videoinhalte enthalten. Ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel einen Shop habt, euren Shopping-Katalog verknüpfen. Ihr könnt verschiedene Content-Management-Tools nutzen, wie Tailwind zum Beispiel. Ihr könnt euren Instagram-Account verifizieren und dadurch sozusagen einen konstanten Content-Flow ermöglichen. Und das sind alles Beispiele, wie ihr es euch erleichtern könnt, weil, wie gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden. Wir wissen, dass ihr viel zu tun habt, dass ihr viele Hüte sozusagen tragt und wir möchten entsprechend euch verschiedene Tools bieten oder arbeiten mit verschiedenen Tools zusammen, um verschiedene Prozesse einfach zu vereinfachten und zum Teil auch zu automatisieren, was Content angeht. Ja, und genau, Pins ist nicht nur eine Plattform zur Präsentation von Ideen, sondern wirklich ein Tool, was für euch arbeitet. Ihr könnt, und das ist wirklich auch was, was von uns ausdrücklich erwünscht ist, dass ihr entsprechend auch eure Inhalte, sage ich mal, verlinkt. Es gibt die Möglichkeit für alle Arten von Pins, Links nach außen zu setzen. Das können Affiliate-Links sein, über die ihr dann auch Geld verdient oder einfache Links zu eurer Website, sodass ihr dann darüber eure Inhalte auch monetarisieren könnt. Hier nochmal sozusagen nochmal stärker im Detail darauf eingegangen, was der Mehrwert ist. Zum einen könnt ihr natürlich euch eure Produkte, euer Portfolio präsentieren, egal ob ihr Hochzeitsplanerin seid oder einen Balkongartenservice anbietet oder Haushaltstipps gebt, wie Carsten zum Beispiel. Da lohnt sich Pinterest auf jeden Fall, sodass Menschen auf euch und euren Service oder eure Inhalte aufmerksam werden. Ihr könnt natürlich Brand-Awareness steigern. Letztendlich erreicht ihr ja nicht nur die Menschen, die euch folgen, sondern auch die Menschen, die über die Suche auf eure Inhalte stoßen. Das Wort Traffic hatte ich gerade auch schon erwähnt. Es ist super einfach nach wie vor mit Pinterest Traffic aufzubauen, was euch helfen kann, euer Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Auch da helfen natürlich entsprechend Links und verschiedene Call-to-Actions, sodass Menschen sich auch wirklich durchklicken. Und auch das Thema Monetarisierung hatte ich gerade schon angesprochen. Entweder über Partnerschaften mit Marken zum Beispiel, wenn ihr Creator oder Influencer seid. Aber natürlich auch, ihr könnt auch, wenn ihr sozusagen selbst eine Marke seid, mit Pinterest Geld verdienen. Und das funktioniert aktuell im deutschsprachigen Raum hauptsächlich über Affiliate-Links, die ihr setzen könnt. Das auch noch mal als kurzer Reminder, um sozusagen das noch mal zu rekapitulieren, dass Nutzerinnen, die auf Pinterest zu finden sind, sehr aufgeschlossen sind und wirklich auch die Kaufentscheidungen da treffen. Und ihr könnt sie sozusagen sehr früh in diesem Prozess begleiten, sage ich mal, und könnt sie da erreichen mit euren Ideen, mit euren Produkten und könnt ihnen dann auch helfen, das umzusetzen oder auszuprobieren. Und wie gesagt, auch Shopping spielt eine große Rolle. Hier noch mal zusammengefasst, letztendlich, warum Menschen zu Pinterest kommen und wie sich eure Audience im besten Fall auch zusammensetzt. Menschen kommen zu Pinterest, um verschiedene Projekte zu planen. Das kann was ganz Großes sein, wie eine Hochzeit oder wenn jemand auswandern möchte. Kann aber auch was Kleines sein, wenn jemand einen Geburtstag plant oder sagt, er möchte ein Hochbett anlegen auf seinem Balkon. Das heißt, Menschen nutzen Pinterest oft weit im Voraus. Das sieht man zum Beispiel besonders, was so saisonale Momente angeht. Dann sind sie sehr aufgeschlossen und auch noch ein bisschen unentschlossen. Das heißt, oft springen sie auch von einem Thema zum nächsten und sind da sehr offen, was verschiedene Ideen angeht im Lifestyle-Bereich. und sie sind sehr offen dafür, auch wirklich dann einen Kauf zu tätigen oder ihr nächstes Projekt dann auch mit Pinterest zu planen und diese Ideen dann wirklich in die Tat umzusetzen. Das heißt, es geht nicht nur darum, schöne Bilder zu sammeln, sondern wirklich dann auch zu sagen, okay, ich back jetzt die Torte für den Geburtstag oder ich kaufe mir jetzt die Tomatenpflanzen oder vielleicht auch den neuen Putzeimer für das nächste Projekt. Viele von euch fragen uns immer wieder, diejenigen, die bei Pinterest arbeiten, wie kann ich denn dafür sorgen, dass meine Pins besser ausgespielt werden, dass mich noch mehr Menschen entdecken, dass sich noch mehr Menschen durchklicken. Was da immer wieder wichtig ist, ist dran zu denken, dass man beschreibende Keywords nutzt, da Pinterest eine visuelle Suchmaschine ist. Das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig, einen entsprechenden Titel zu nutzen. Es ist wichtig, PIN-Wände aufzusetzen, die entsprechend deskriptive Titel haben und auch eine Beschreibung. Eine Beschreibung vergessen ganz viele und je mehr Informationen an dem PIN selbst dran sind, desto besser. Das ist einerseits, wie erwähnt, der Titel, andererseits aber auch eine Beschreibung. Da können euch zum Beispiel auch verschiedene Plattformen wie ChatGPT zum Beispiel helfen, das aufzusetzen oder auch Zutaten oder Materialien, also alles, was den Menschen helfen kann, wirklich zu verstehen, worum es geht und wie sie das in die Tat umsetzen können, hilft auf jeden Fall. Dazu gehört auch Text, der sich auf Bildern befindet. Auch das ist eine unserer Best Practices und natürlich sollten die Bilder oder auch das Videomaterial hochwertig sein, beziehungsweise man sollte halt auf den ersten Blick erkennen können, worum geht es, was ist der Mehrwert und wie kann mir der Inhalt vielleicht auch helfen, ein Problem zu lösen. Zusätzlich zu den Keywords, die ich gerade schon angesprochen habe, gibt es natürlich die Möglichkeit, relevante Tags festzulegen. Da gibt es eine vordefinierte Auswahl, wo ihr einfach so viele Tags wie sozusagen, ja, passen, auswählen könnt. Auch die helfen sozusagen, nochmal mehr Kontext zu geben, sodass eure Pins dann entsprechend auch besser zu finden sind. Dann hatte ich ja schon von Evergreen-Content gesprochen. Das sind einfach Inhalte, die immer aktuell sind, zum Beispiel, wenn man danach sucht, wie man seine weißen Sneaker wieder weiß bekommt. Das ist so eins der Beispiele, was mir immer einfällt. Aber natürlich zählen da auch andere Inhalte zu. Wir empfehlen euch aber auf jeden Fall sehr, dass ihr auch unseren Content-Kalender nutzt, um wirklich auch A, zu wissen, wann fangen Menschen an, zu suchen nach den verschiedenen Themen und zudem habt ihr die Möglichkeit, auch Content einzureichen, der dann auch gefeatured wird, sodass ihr da nochmal die Chance erhöht, dass die Pins auch wirklich Reichweite aufbauen. Von Links hatte ich auch schon gesprochen. Wie gesagt, wir unterstützen das gerne und wissen, wie wichtig das für euch ist, Traffic aufzubauen zu euren Domains, sodass wir entsprechend es ermöglichen, dass ihr Links setzen könnt, egal ob ihr einen Blog habt, einen Shop oder einfach eine Seite, wo ihr eure Services anbietet und ihr könnt in euren Pinterest Analytics natürlich dann auch entsprechend sehen, woher die Klicks kamen beziehungsweise wie viele Leute sich draufgeklickt haben, sodass ihr das entsprechend dann auch weiter optimieren könnt und sehen könnt, okay, hat vielleicht dieser Pin mit diesem Bild besser funktioniert oder dieser Call-to-Action, da kann man ganz gut auch so A-B-Tests laufen lassen. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass es zudem sehr wichtig ist, sich Pins auf relevanten PIN-Wänden zu merken, dass es tatsächlich was, was auch nochmal Kontext gibt, zusätzlich zu den PIN-Titeln, zu der Beschreibung, zu dem Text auf dem PIN, ist es sehr, sehr wichtig, entsprechend PIN-Wände aufzusetzen und dann die PIN-Wände auch mit entsprechenden Beschreibungen zu versehen. Das hilft, das hilft, wie gesagt, alles nochmal, um, ja, mit seinen Inhalten auf den unterschiedlichsten Pinterest-Oberflächen gefunden zu werden. Umsetzbarer Content, was heißt das? Letztendlich sind das Inhalte, die wirklich auch einen entsprechenden Mehrwert haben, die Menschen vielleicht helfen, wie schon erwähnt, ein Problem zu lösen oder ihnen letztendlich einfach auch vielleicht Inspirationen geben, um was Neues auszuprobieren und was umzusetzen und auch das können sozusagen kleine Sachen sein, wie endlich eine neue Lampe fürs Wohnzimmer zu kaufen, eine Wand neu zu streichen oder sich vielleicht die Haare irgendwie rot zu färben. Das sind alles Sachen, wobei ihr Pinterest-Nutzerinnen als Creator, als Marken, als Publisher, wobei ihr sie inspirieren könnt. Hier gehe ich ein bisschen schneller jetzt durch. Letztendlich hatte ich ja gerade schon drüber gesprochen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass ihr alle Flächen nutzt innerhalb des Pins, um einen Titel auszuwählen, um eine Beschreibung auszuwählen, um vielleicht einen Link zu setzen zu einer anderen Plattform, wo es noch mehr Informationen gibt. Ihr könnt Details hinzufügen, wie Zutaten, Materialien und wie gesagt, das sind alles Empfehlungen von unserer Seite, die ihr auf jeden Fall umsetzen solltet. Hier ist jetzt ein Beispiel zu sehen aus dem Food-Bereich, wo es natürlich sinnvoll sein kann, entsprechend dann auch die Zutaten anzugeben und in dem Fall das Ganze dann auch mit der Website zu verknüpfen, sodass sich verschiedene Inhalte auch automatisch gezogen werden, wie in diesem Fall die Dauer der Zubereitung und auch wie viele Portionen das ganze Rezept enthält. Über das Thema Call-to-Action haben wir noch nicht so viel gesprochen. Da kann es auf jeden Fall hilfreich sein und auch das kann man ganz gut mit sogenannten AB-Tests einfach mal ausprobieren, inwieweit es funktioniert, dass ihr Menschen auf dem PIN über einen Text-Overlay ermutigt, etwas zu tun. Es kann zum Beispiel so etwas sein, wie in diesem Fall, was man hier ganz gut sieht, dass man sich den PIN für später merkt, falls das euer Hauptziel ist. Falls ihr aber sagt, wir haben als Hauptziel Traffic aufzubauen, macht es natürlich logischerweise Sinn, vielleicht zu sagen, okay, klick dich durch für mehr Ideen oder sowas nach dem Motto, hier ist eine Idee, auf unserer Website findet ihr noch zehn mehr oder hier sind Ideen für den Frühling, wir haben aber auch Ideen für andere Jahreszeiten. Also das muss man vielleicht auch gar nicht so platt formulieren, sondern kann das so ein bisschen auch mit einem Mehrwert verbinden, weil ihr euch letztendlich ja im besten Fall immer wieder in eure Zielgruppe hineinversetzen solltet und natürlich auch das sind Leute, die haben vielleicht wenig Zeit, die sind vielleicht auf unterschiedlichsten Plattformen unterwegs und wenn ihr aber sagt, guck mal, das ist der Mehrwert, den wir dir bringen, wenn du dich durchklickst, ist natürlich im besten Fall die Chance immer höher, dass sie sich dann auch wirklich durchklicken, wie gesagt, falls das euer Ziel ist, falls ihr aber sagt, ihr möchtet mehr Reichweite aufbauen und geht eher aufs Merken, auch das ist eine Möglichkeit oder wenn es ganz konkret um Produkte geht, könnt ihr da natürlich auch sagen, hier, das ist sozusagen das perfekte Kleid für die nächste Sommerparty, auch das kann was sein, worauf Menschen dann gut auch reagieren, aber wir empfehlen auf jeden Fall immer eine Handlungsanweisung zu geben und nicht einfach zu denken, so, ach ja, die Leute wissen schon, was sie damit machen können, weil man muss, wie gesagt, man kann nie davon ausgehen, dass die Leute das auch wirklich von sich aus machen oder vielleicht auch sogar wissen. Das Thema Shoppable Pins ist bei uns ein sehr, sehr großes, wir wissen auch von euch, dass das für viele von euch ein großes Thema ist und wir haben auch immer mehr Marken, Shops, entsprechend auch Menschen, die eigene Produkte haben und diese verkaufen möchten auf Pinterest. Aktuell ist es im deutschsprachigen Raum nur möglich, einen Link zu setzen, wo ihr natürlich auch einen Affiliate-Link dahinter setzen könnt. In den USA und auch in UK ist es aktuell schon möglich, auch innerhalb des Pins verschiedene Links zu setzen und sozusagen Produkte zu vertaggen, sobald es bei uns auch möglich ist und seid euch gewiss, wir sind auch ganz scharf drauf hier bei uns im Team, sagen wir natürlich auf jeden Fall Bescheid. Das würde euch dann nochmal ermöglichen, auch innerhalb des Pins einzelne Produkte zu verlinken und kreiert in diesem Fall dann noch mehr Backlinks und das ist einfach eine schöne Möglichkeit, gerade wenn man vielleicht Mutbilder hat, zu sagen, okay, ihr könnt den Beamer kaufen, den Bürostuhl, den Schreibtisch, die Lampe oder die Pflanze und wie gesagt, das ermöglicht euch natürlich nochmal entsprechend mehr Chancen auf Traffic zu generieren. Ja, kommen wir jetzt auf unsere Partnerschaft mit Tailwind zu sprechen. Wir sind ja heute hier beziehungsweise ihr seid hier, weil ihr eine sehr schöne E-Mail von Tailwind bekommen habt. Tailwind ist eine, ist eine, ist einer unserer wichtigsten Partner, mit denen wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten, auch in verschiedenen Ländern und Tailwind ist sozusagen eine von den sogenannten Content Management Plattformen und ich weiß viele von euch, die vielleicht schon länger auf Pinterest aktiv sind, ich selber bin auch schon seit zehn Jahren als Mitarbeiterin bei Pinterest tätig und ich weiß, dass viele sich fragen, so, hm, sollte ich diese Plattform nutzen, hilft mir das oder ist das vielleicht sogar was, was Pinterest nicht so gerne sieht, aber den Mythos können wir auf jeden Fall auflösen, wir sehen das in dem Sinne sehr gerne beziehungsweise, wie ich ja anfangs schon gesagt habe, möchten euch natürlich euer Leben erleichtern und Content Management Plattformen helfen euch einfach, Content zum einen zu schedulen, also im Voraus zu planen und dann auch dafür zu sorgen, dass ihr regelmäßig postet, gerade wenn man sagt, man nimmt sich vielleicht einen Tag in der Woche oder einen Tag im Monat, um das zu machen, zudem bieten halt die verschiedenen Plattformen auch umfassende Lösungen für verschiedene Social Media Plattformen, ihr könnt zum Teil darüber auch dann wirklich den Content erstellen, also nicht nur im Vorausplan, sondern auch wirklich erstellen und auch analysieren, was euch natürlich Zeit abnimmt und was auch ganz spannend ist, ihr könnt Inhalte auf jeden Fall auch und das begrüßen wir von Pinterest auch, ihr könnt Inhalte von anderen Plattformen wiederverwenden, sozusagen recyceln und euch dabei an alten Trends orientieren und die dann auch entsprechend über die jeweilige Content Management Plattform schedulen und veröffentlichen lassen, also zum Beispiel, wenn ihr wisst, dass ein bestimmter Inhalt auf einer Plattform sehr, sehr gut funktioniert hat, könnt ihr ihn ruhig auch nochmal auf Pinterest veröffentlichen, ihr könnt zum Beispiel ausprobieren, ob ihr das ein bisschen abwandelt oder ob ihr das so lasst, wie es ist, das kann auch gut funktionieren oder wenn ihr zum Beispiel sagt, boah, letztes Jahr hat ein bestimmtes Thema so gut funktioniert, das probieren wir dieses Jahr nochmal aus oder als letztes Beispiel, was wir auch oft sehen, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass ihr sagt, ihr habt irgendwie die zehn schönsten Sommerkleider zusammengestellt fürs letzte Jahr, warum das dann dieses Jahr nicht nochmal machen zum Thema Hochzeit oder vielleicht sogar das gleiche Bildmaterial zu nutzen und zu sagen, letztes Jahr ging es um die Sommerkleider, dieses Jahr sind das Kleider, die man auf einer Hochzeit tragen kann, also da einfach kreativ sein, auch wenn man nicht unbedingt neuen Content erstellt, einfach den alten Content recyceln und das ist gar kein Problem auf Pinterest, das heißt, ihr müsst euch da keine Sorgen machen, was doppelten Content angeht. Das Thema AB-Test hatte ich ja auch schon öfter erwähnt, es schadet auf jeden Fall gar nicht, wenn ihr verschiedene Formate ausprobiert, wenn ihr Videocontent natürlich ausprobiert, wenn ihr Inhalte mixt, wenn ihr aus einer Idee mehrere Pins macht, das ist sogar was, was wir sehr, sehr stark empfehlen, sodass zum Beispiel, wenn ihr eine Idee habt zum Thema, ich sag jetzt mal, wie man einen Geschirrspüler wieder sauber bekommt, daraus könnt ihr ruhig mehrere Pins erstellen, vielleicht mit unterschiedlichen Bild-Text-Kombinationen oder vielleicht in unterschiedlichen Formaten, das ist auf jeden Fall was, was gar nicht schadet, und es gibt sehr, sehr viele Creatorinnen, die das sehr häufig machen und damit auf jeden Fall auch sehr erfolgreich sind auf Pinterest. Und wir sind jetzt fast an dem Teil angekommen, wo ich sozusagen euch mit Best Practices versorge und empfehlen euch aber definitiv euer Pinterest-Konto mit Tailwind zu verknüpfen, was ihr wahrscheinlich eh vielleicht schon macht, um eure Content-Strategie zu optimieren und wie das geht, haben wir hier nochmal aufgelistet, wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr das eh alles schon gemacht habt, wenn nicht, loggt ihr euch einfach in euer Pinterest und euer Tailwind-Konto ein, dann wählt ihr Sign-Up with Pinterest-Account oder add new Pinterest-Account aus und dann autorisiert ihr Pinterest entsprechend und falls ihr Hilfe braucht, könnt ihr euch natürlich an das Help-Center von Tailwind wenden. Genau, das war es jetzt im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, ihr seid alle gut mitgekommen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch was Neues gelernt und jetzt ist auf jeden Fall Zeit für eure Fragen. Carsten, ich würde mal mit dir anfangen. Ich vermute, dass du nicht die Möglichkeit hast, dich zu unmuten, oder? Gut, ich entnehme mal sozusagen der Stille, dass das nicht geht und würde einfach Carstens Frage, die er vorher uns zugesandt hat, einmal wiederholen und zwar hat Carsten, genau, Carsten ist gerade unterwegs, dann wiederhole ich die Frage einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass das für viele von euch auch relativ ist, Levant ist Carsten und seinen Accounts sind schon sehr lange auf Pinterest, auch sehr erfolgreich, haben eine Seite zum Thema Haushalt und Haushaltstipps und sind entsprechend erfolgreich, was den Aufbau von Traffic angeht und hat jetzt aber gemerkt, dass in letzter Zeit der Traffic eher zurückgegangen ist, wenn ich dich richtig verstanden habe und da ist jetzt die Frage, okay, was können wir tun, um entsprechend wieder mehr Traffic aufzubauen? Also zum einen gibt es natürlich immer saisonale Schwankungen, dass zum Beispiel, sage ich jetzt mal, im Sommer, wenn das Wetter gut ist, weniger Leute nach Haushaltstipps suchen als vielleicht Anfang Januar, wo Leute sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt irgendwie auf das neue Jahr und will gut ins neue Jahr starten oder will vielleicht sogar schon den Frühjahrsputz irgendwie angehen. Das heißt, einerseits kann es natürlich an saisonalen Schwankungen liegen, andererseits ist es einfach so, dass sich Pinterest als Plattform natürlich weiterentwickelt, dass sich die Best Practices weiterentwickeln und dass zum Beispiel Video eine viel größere Rolle spielt als noch vor einigen Jahren. Aktuell empfehlen wir wirklich auch eine Mischung aus statischem Content, also aus Bildern, aber auch aus Videocontent. Da kommt es immer so ein bisschen aufs Thema drauf an. Wir sehen aktuell, dass besonders Videos gut ankommen, die eher so snackable sind, also eher so kurze, ja, kurze Tricks zum Beispiel zeigen. Das ist was, was ihr gut mal ausprobieren könntet. Dann würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, euch die aktuellen Trends anzugucken. Einerseits über unser Trendstool trends.pinterest.com Da findet ihr sehr, findet ihr entsprechend die Suchbegriffe, nach denen sehr, sehr häufig gesucht wird. und könnt dazu Content erstellen, zusätzlich zu dem Evergreen-Content, den ihr eh schon macht. Wenn ihr zum Beispiel, ja, ihr könnt nach verschiedenen Begriffen selber suchen, ihr könnt aber nach Interessensgebieten auch suchen und da kommt ihr vielleicht dann nochmal auf neue Ideen, sodass ihr euren Content nochmal zusätzlich anreichern könnt. Und last but not least empfehlen wir auf jeden Fall, ihr hattet ja gesagt, dass ihr regelmäßig postet, wir empfehlen aber schon die Frequenz würde ich sagen, gerade jetzt auch über ein Tool wie Taywind nochmal zu erhöhen und ihr könnt durchaus mehrere Pins aus einer Idee erstellen. Du hattest, glaube ich, von zwei gesprochen. Drei Pins am Tag ist auf jeden Fall schon ganz ordentlich. Da gibt es aber auch nicht nach oben hin irgendwie eine Grenze. Wenn das trotzdem hochwertiger Content ist, kann das durchaus auch mehr sein. Ich habe Kolleginnen, die viel mit Publishern zusammenarbeiten, also mit verschiedenen Magazinen zum Beispiel, die sehr, sehr viel Content haben und das schadet auf jeden Fall auch nichts. Da würde ich dann eher, sage ich mal, smarter arbeiten und wie du sagst, aus einer Idee mehrere Pins erstellen. Das können dann aber vielleicht sogar mehr sein als drei. Dann kam hier die Frage nach einem Tool auf, was mir in dem Sinne jetzt nicht so bekannt ist, aber es macht auf jeden Fall, also es macht Sinn schon mit unseren Plattformpartnern zusammenzuarbeiten und die zu nutzen oder das sozusagen manuell zu machen, je nachdem, was für euch am spannendsten ist. Aber wir präferieren schon immer frischen Content, der entsprechend dann auch natürlich saisonal passt und der schon recycelt sein kann, aber wo es jetzt nicht, sage ich mal, ja, um Methoden geht, wo man immer wieder die gleichen Sachen auf unterschiedlichen Pinwänden veröffentlicht. Genau, auf jeden Fall. Vielen Dank, Carsten, für deine Frage. Dann gab es eine Frage von einer Person, die wissen wollte, ob man über Pinterest auch Produkte verkaufen kann. Das kann man auf jeden Fall machen. Man kann, wenn ihr zum Beispiel einen Shopify-Shop habt oder ein anderes Shopping-System, kann man entsprechend einen Katalog bei Pinterest hochladen mit euren Produkten und darüber dann entsprechend auch Verkäufe erzielen. Das wäre ein Beispiel. Oder wenn ihr jetzt sagt, ihr habt vielleicht keinen eigenen Shop, sondern seid Creator oder Influencer, könnt ihr natürlich Partnerschaften mit Marken umsetzen und darüber Geld zu verdienen. Affiliate-Links ist eine weitere Möglichkeit. Das sind in dem Sinne die drei Möglichkeiten, in denen ihr Geld verdienen könnt. Und wie anfangs gesagt, das Thema Shopping spielt auf Pinterest eine große Rolle, weil viele Leute wirklich in dem Mindset sind und sagen, okay, ich bin auf der Suche nach verschiedenen Produkten, vielleicht sogar auch, sodass das definitiv auch eine Möglichkeit ist, seine Produkte zu Pinterest zu bringen. Und wenn ihr mal nach verschiedenen Marken sucht, werdet ihr auf jeden Fall auch auf verschiedene Beispiele stoßen. Dann kam die Frage und auch das ist wirklich was, was immer mal wiederkommt, wie viele Pins sollte man pro Tag veröffentlichen, wie viele Pins pro Woche. Da gibt es in dem Sinne von uns keine ganz konkrete Empfehlung. Was wir immer empfehlen, ist wirklich regelmäßig aktiv zu sein. Darum empfiehlt sich auch ein Tool wie Tailwind zum Beispiel, was einen, sage ich mal, dann auch so ein bisschen diszipliniert hält und wir empfehlen definitiv und ich kann euch sozusagen aus dem Kopf Beispiele nennen von verschiedenen Accounts, die wirklich aus einer Idee vielleicht zehn Pins oder so machen und das ist durchaus auch okay und wird nicht als Spam gewertet, auch wenn die Pins sich nur minimal unterscheiden und vielleicht sogar die gleiche URL haben oder den gleichen Titel. Das ist gar kein Problem. Ich habe früher sehr intensiv mit individuellen CreatorInnen zusammengearbeitet und da war immer mein Beispiel, Laura von Try, Try, Try. Könnt ihr mal in die Suche eingeben auf Pinterest und da seht ihr zum Beispiel, dass sie hat einen DIY-Blog und dass sie auch, obwohl sie schon Jahre auf Pinterest ist, immer noch sehr, sehr viel Traffic aufbaut und das wirklich dadurch macht, weil sie aus einem Blogpost dann zehn oder noch mehr Pins erstellt. also auch das auf jeden Fall nichts, ja, was, was wir nicht unterstützen. Also wir unterstützen auf jeden Fall, dass wenn ihr mehrere Pins erstellt und entsprechend aber auch die gleichen Links nutzt, das ist gar kein Problem. Genau, und Carsten, wegen deiner Frage noch, kann ich gerne mal nachgucken. Soweit ich weiß, ist, ja, ist euer Account aktiv und da ist nichts, nichts passiert. Ich würde, wie gesagt, eher mal gucken, okay, was macht ihr aktuell, was könnt ihr vielleicht noch besser machen, wenn es einfach auch um die Vielfalt der Content-Formate geht, Video zum Beispiel oder aktuelle Trends, Sachen, nach denen Menschen gerade viel suchen, das macht auf jeden Fall Sinn und dann, wie schon gesagt, natürlich entwickelt sich die Plattform weiter, es gibt viel mehr, viel mehr Nutzerinnen, aber natürlich auch viel mehr Menschen, die Content auf Pinterest veröffentlichen, das heißt, wenn man sich das so als Kuchen vorstellt, werden die Stücke nicht unbedingt größer, sondern man muss eher dann nochmal gucken, wie man vielleicht sich dann auch entsprechend der Best Practices nochmal weiterentwickelt. Genau, ich glaube, ich habe alle Fragen, die wir vorab bekommen haben, beantwortet, genau, die Frage von Carsten, dann gab es, wie gesagt, die Frage zum Thema, wie oft sollte ich posten, kann ich auf Pinterest verkaufen oder Produkte verkaufen, dann, was wir auch immer wieder gefragt werden, ist tatsächlich, gibt es eine bestimmte Uhrzeit, zu der man posten sollte, nein, gibt es nicht, dadurch, dass Pinterest eine visuelle Suchmaschine ist, können eure Inhalte immer und überall sozusagen gefunden werden, es gibt keinen bestimmten Tag oder keine bestimmte Uhrzeit und es macht keinen Unterschied, ob ihr jetzt sonntags morgens oder montags abends eure Inhalte veröffentlicht, dann, wie gesagt, auch die Nutzung von Content Management Plattformen ist auf jeden Fall was, was wir unterstützen, sonst würden wir natürlich auch nicht mit so einem tollen Partner wie Tailwind zusammenarbeiten und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, packt sie gerne in die Kommentare, sodass ich Bescheid weiß, falls es noch weitere Fragen gibt oder auch einfach Sachen, die ihr vielleicht schon ausprobiert habt, die gut funktionieren oder wo ihr sagt, das habe ich ausprobiert, das hat noch nicht so gut funktioniert, da freuen wir uns auf jeden Fall auch immer. Genau, Tatjana, du hattest eine Frage gestellt, magst du sie vielleicht nochmal wiederholen, weil eigentlich dachte ich, ich habe alle Fragen beantwortet, aber vielleicht ist mir das entfallen. Genau, unmuten geht nicht, aber vielleicht kurz schreiben wäre super. Dann würde ich das einfach nochmal wiederholen. Ah, okay, die Frage ist, and maybe, maybe, Susan, I don't know if you can hear me or maybe unmute me, because it's actually a question that is related to Tailwind, so I'm just going to translate that. Thank you. So Tatjana is asking if when she creates a pin, you know the tags, you can kind of choose for each pin, if she can do that in Tailwind or can she only do that on Pinterest when she edits the pin after she has published it? You can do that in Tailwind. Perfect. See, Tatjana, even better. I'm just going to translate that real quickly, but, ja, Tatjana, das heißt, Susan hat gesagt, du kannst einfach die Tags auch direkt in Tailwind festlegen und musst danach nicht den pin nochmal bearbeiten, also das spart dir auf jeden Fall den extra Schritt. Tatjana, I will, I think you asked how you would do that. I will message you with instructions on how to do it. Perfect. I'll send that to your email. Thank you. Thank you, Susan. And then there's another question, Susan, for you. Sorry about that. I hope it's fine. There is a question about the Tailwind AI tools, if users can use them in German as well as in English. You know, that's a great question. And I, they're not officially in German, but we are hearing people who will enter something in German and then they'll get their response back in German. So the best answer is really to give that a try and just take a look at what comes out. And I will also let the product team know that it's definitely something that's of interest. So it's on the roadmap, but I like to let them know when we hear people asking for it. Yeah, it's great to hear that so many people are interested and, you know, like using the new features right that you offer. So yeah, danke Carsten für die Frage zum Thema AI beziehungsweise KI Tools und wie Susan schon gesagt hat, einfach auf Deutsch ausprobieren und das Feedback wird auf jeden Fall weitergegeben. Sehr schön. Gibt es sonst noch Fragen? Ein paar Minuten haben wir noch. Wir können natürlich auch immer etwas früher die Office Hour beenden, aber wie gesagt, nutzt die Zeit gerne, einfach schriftlich in den Chat zu schreiben und dann die Frage entweder an mich oder an Susan zu richten und ja, wir freuen uns immer auf eure Fragen.